Was einmal in die Hände klatschen? Ich muss sagen, Klappe die unter 23. Weil Dozent zu sein ist ein Beruf für Überzeugungstäterinnen und vor ihnen sitzt ein Überzeugungstäter, wenn ich mal so frei sein darf, das so zu sagen. Was außerdem toll ist, ist, dass mein Beruf das Privileg mit sich bringt, eine hohe persönliche Gestaltungsfreiheit zu haben. Das heißt, man kann gestalten, man kann sich verändern, man kann immer wieder neue Dinge machen. Und natürlich auch, man hat ständig mit jungen Erwachsenen zu tun, nicht mit Kindern, mit Erwachsenen. Das sind immer wieder neue, das heißt, man kriegt ständig neuen Input und die Erwachsenen bleiben auch noch jung. Also letztlich genau mein Ding. Die Erwachsenen Vielen Dank.